also mich ist ja das ist jetzt das baut man muss sagen dass ich das auch gar nicht mal so schlecht aus was ich da gebaut hat mit dem sind ja sagt noch eine mitte ist diese große kugel aussage ich bin in der mitte hallo kris ich kann nicht in welche richtung das ist noch ich bin sollte das war die schatten das war eine schatzkarte die die beiden voll gekauft haben das ist jetzt hier die boote und fahren erst mal eine runde ich habe mein eigenes ich habe keins es kann auch jemand bei mir einsteigen wenn er will ja dann wird das ganz gut das ist ja nur noch wie hier ist uns ich leite das mal kurz aus der erwartung gekommen ist kommen wir auf die andere seite aber während des bohens fahrt kann kann ich die karte noch ach so wenn ich gut machen wir müssen weiter richtung zwischen so ist nicht schön meine chips essen südwesten ist immer noch dass wir besten den kurs auf neue welten jawohl ich hoffe das ist jetzt nicht der tippe ich schon besucht habe das wäre jetzt recht häufig welcher tempel hat gewissen zettel besucht das ist kein wüssen zettel er ist ein zweitkartner ja weit na okay dann bleibt es wohl langsam weil ich kurz den geblieben legator hat kurz angehalten er musste kurz kein probier ist es einfach auf und die karte sondern geschenkt als der ist lustig wenn das also ist der kreis zweitkartner für lustig ist jetzt echt der wüsten der bewegung der wir kommen jetzt an okay da können tatsächlich 10.000 blöcke sein also ohne scheiß jetzt das heißt sie würden wieder ein paar wieder gelaufen in echtzeit lange so stunde länger kürzer keine ahnung lange also wie habe ich dir viele schaden gemacht nö gar keins okay als schädter sagt scheiße ich glaube es ist nur so eine kleine insel oder wie kommst du darauf guck mal auf die karte das könnte doch weitergehen doch der berg da hinten der sieht lustig aus ja aber er lädt nach er lädt nach ah ok jetzt sieht er wieder normal aus ja aber noch südwesten navigator ja ja und wir sind immer noch schön in der ecke ich glaube da bleiben für eine zeit lang das war lustig das war soll ich ihm an der ok jetzt sind neue gewässer zum zweiten mal das soll nicht das letzte mal gewesen sein ja hoffentlich doch er hat eine wüste ja hier ist auch noch eine stadt da waren mich und ich haben also und mache ja auch dann wird das jetzt eben so angeguckt was haben die für villager Leute lasst euch nicht ablenken wir haben eine mission also ich will die villager gucken also ihr habt die mission und ich guck halt nur ich bin ich bin der cameraman da alles dokumentiert ok ich bin alleine da müssen wir jetzt auch das video dokumentieren aufziehen ne ok warte kommt man beide zusammen jetzt sind da zwei punkte die zwei punkte bei weißen punkten ist da was äh das auch nicht gib mir mal die karte wo bist du stefan beim dorf in die richtung da in freier natur ein wildes christian ein wildes omnitron oh wir verfolgen immer ganz unauffällig guck 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 mal stefan wir sind also jeder von uns spielern zählt als ein punkt ach so wo wir die karte haben ich sehe jetzt nämlich gerade drei punkte ok ok wirst mal wirst mal obwohl das auch nicht wirklich wirklich sinn macht ne er klaut die karte warte gib mir doch mal die karte es kommt eine karte ist der loser ähm wir sind doch mal ein bisschen weiter weg keine ahnung aber ich glaube wir müssen jetzt nur noch nach westen hey 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 jetzt hast du jetzt ein bisschen offen jetzt hast du jetzt ein bisschen offen jetzt hat man er haut ab mit der karte tschüss leute nein nicht ach egal bist du da ja ne du bist doch drin und du bist oder mhm ok da vorne ist ein geisterboot unterwegs der sache kriser bringt dir was mit der lixa wir kommen wieder irgendwann vielleicht stefan wartet kurz mal ja Es war Tag 3 der Expedition, nach einer Wüste und einem weiteren Meer stießen die Helden nun auf ein Plains-Bio. Wo ist Stefan? Es ist Land 3. Guck mal auf die Karte. Ich sehe nicht, wenn ich weiter weg bin. War das schon so weit weg? Wir waren weiter nach Westen. Einfach nur nach Westen. Das ist das Boot parat. Und warte, ich habe Stefan mit. Wir sind das A-Team. Der ist der Schwarze. Der ist der Schwarze. Wo ist der Schwarze? Welcher Schwarze? Vom A-Team? Achso. Ne, wir machen jetzt den Whitewashing. Okay. Aber... Uns fehlt immer noch ein Vierter Mann. Chris? Ja, warte. Warte. Du bist da. Nein, nein, du bist dabei weg. Oder? Warte. Fang! Nein, du bist weg. Oh. Du bist mit der Kartoffelzug. Du musst hier fangen. Das ist heiße Kartoffel. Auf dem Meer. Ja, einfach sie. Die Heiferkoppelsisten. Nass und unter Meer. Also neben dem auf dem Meer auf Boden. Du bist so schnell für Journey Map. Die Karte lädt bei mir nicht mehr. Also die ganz große. Die ganz große. Nicht in der Ecke. Und müssen wir immer noch in Richtung Westen oder ein bisschen südlich wieder? Wer war denn? Was? Weitere Richtung Westen oder ein bisschen nach Süden nach? Äh, weiter Westen. Sicher? Ja. Guck nochmal nach. Habe ich gerade eben. Dann wach nochmal. Nein. Ich will halt noch einen holen. Nicht auf das analoge Handy gucken. Oh fuck. Hab ich dich getroffen? Nein. Du hast mich getroffen. Du hast mich getroffen. Ich wollte den nach oben schießen und den Christen treffen. Oh. Das ist ein Land? Nee, das ist nur nicht. Oder, oder, ne. Da kommt nicht mehr. Da kommt nicht mehr. Oder? Guck da mehr. Da bitte mehr. Ich glaube da kommt mehr. Oder das ist auch mal mehr. Oder das ist auch mal mehr. Jedenfalls Land in Sicht. Ja. Und es wird Nacht. Aber ich hab das. Das heißt, wir müssen jetzt behutsam sein. Warte mal, ist das vielleicht der Schluss? Mit der Kater? Nee. Nee. Warte. Sind wir noch weit entfernt. Kann ich die Map haben? Ah, wer hat angegriffen, ne? Also, ich hat angegriffen. Au. 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 Ah, ich hab Brügel mit dem Schaden. Ah, mit dem Schaden. Okay, wer will jetzt die Map haben? Äh, 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 äh. Ah, ein Kind, ein Kind, ein Kind, es ist bewaffnet. Der Marius mit ist verloren. Es ist bewaffnet, es ist bewaffnet, es ist wir beide das machen. Marius tot. Marius. Marius, willst du mal? Naja, lass mal. Lass mal. Lass mal. Okay, dann nicht. Hier. Ja. Ich bin nur der Kamera. Ich hab nix mit eurer Mission zu tun. Aber. Ich hab jetzt ein bisschen Angst. Ist jetzt der weiße Punkt, der jetzt woanders ist? Ist da ein erster weißer Punkt oder der Startpunkt? Der ist wieder zurück. Kann sein, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug. Das heißt, wir müssen jetzt richtig fett weg in Richtung Westen, ne? Ja, wir müssen nur noch nach Westen, glaub ich. Also, ich glaub, wir sind der untere weiße Punkt. Ich glaub, wir sind schon mal weiter vorausgegangen, ne? Das braucht immer so lange. Hab Zeitstum bei mir. Hab Chips bei mir. Ach Leute. Was ist das mit meiner Arbeitsmoral hier? Oh, Alfen! Ja, wir machen das hier nicht zum Spaß. Wir machen das hier gut. Ganz viel Loot. Aber, warum sehe ich zwei Punkte direkt nebeneinander und einen Punkt so weit weg? Ich hab keine Ahnung. Und ich sehe jetzt drei Punkte. Das würde bedeuten, dass wir jetzt drei Spiele haben. Stefan? Ja. Wir sollten vielleicht nicht so weit ohne Navigator vorausgehen. Ich weiß, dass wir nur noch nach Westen müssen, also. Ja, aber ich verstehe. Ich verstehe. Kaputt. Ach, Apfel. Geil. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum wir jetzt da plötzlich drei Punkte haben und der eine immer noch ganz weit oben in der Ecke ist. wieso? Wir müssen zwei Schätze. Was ist ein Bock? Was wären da drei Schätze? Noch besser. Ich weiß nicht, wo das wilde Stefan hier ist. Ich bin weit vorausgabig. Oh, wir müssen gerade dritten bei den Norden. War das? Ja, ja. Ja, 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 wir müssen ganz dritten in den Norden, ja, ja. Ja, wahrscheinlich, ne? der Europäer ist in der Ocken dass man selbst von der Täter für alle ab das war dann das ist geil ist es so ein Weg nach machen und wo und was findet ihr und es wird wahrscheinlich kommen den Haar nicht mehr im west nichts neues ja gut ich gesagt dass wir noch ankommen werden aber war die ich noch mal ein solcher aber die gute ich hätte es jetzt aufstehen um die zonen Prozent er ist wie es eigentlich bei Prozent für die Welt aus das kann ich nicht vorbei wer hat so geschossen Mario das Geld und ich bin dann der Kapitänzen die Witz Prozent müssen Wir hätten uns Obsidian mitnehmen sollen, dann hätten wir einfach wieder zurückkommen. Ich hab mit dir manchmal gesagt, wir wollen uns Obsidian besorgen. Ich helfe Nachspinne. Oh oh. Oh Gott, das Spiel ist kurz bei mir eingefreezed. Hä, was zum Feck? Leute? So, wie sieht's aus? Wo ist halt hier? Wir sind um den Berg rumgegangen. Lassen wir immer noch nach festen? Okay, dann würde ich vorschlagen, fahren wir mit dem Boot. Au. Emelie! Danke. Auf geht's. In neue Gewässer mal wieder. Keine Neuerung. Keine Neuerung. Nein, also wie es aussieht, ist das ja auch am Meer, ne? Auf jeden Fall bei Flüssen. Oder eine Riesen-Schucht ist das. Der weiß. Es ist also die berühmte Hütte im Wald. Ah, da hinten ist wieder ein Geisterboot unterwegs. Nein, hier ist ja das Geisterboot. Nein, du bist doch ein Geisterboot. Nein, du bist doch ein Geisterboot. Halt sie das einfach. Also zwei Leute sehen hier ein Geisterboot. Hinter uns. Und eine sieht eins vor uns. Wenn ein Geist ein Geisterboot sieht, ne? Dann... Ja, du bist ein Geist. Und wenn du uns als Geisterboot ziehst, dann... Oh! Wir haben einen Ozean-Tempel gefunden. Ein was? Hier, guck mal. Nein! Nein! Wir gehen da jetzt nicht rein! Wie? Wo? Oh, oh. Ich sehe gerne nicht. Das ist ganz zu krass. Oh. Ja, komm, oh. Ich bin ja nicht fertig. So. So, der Navigator, die jetzt aus? Das ist ja, wir brauchen Schwämme! Wasn't nichts Neues. Ja, lass uns die Ease rumfahren, oder? Wenn's den Seels? Nein, nein. Das ist nein. Oh! Au! Sorry! Ah ja! Leute! Ich fahr außen rum! Ja ok, ist nur ne Insel! Ok! Nein! 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 Bleib stehen! Au! Bleib stehen! Der Weser, bleib stehen! Komm, nika Junge, lauf! Alter! Komm! Hä? Ich kann... Komm! Steig ein! Es geht nicht! Du musst rechts klicken! Ist ja schon klar! Ich bin mal so sozial und ich warte mein, ne? Komm, steig ein Junge! Bist du blöd oder? Ich bin mal sozial und warte! Ok, komm, nochmal versuchen! Ich kann nicht einsteigen! Es geht nicht! Was? Warum nicht? Ich weiß es nicht! Das bin ich dir nicht, sorry! Also als Erster reingehen? Nein! Was? Wir sind schon im 118. Tag, Leute! Was? Am Nachrichten müssen wir dich leider verlassen! Wieso kannst du nicht einsteigen? Keine Ahnung! Kannst du auf dem Boot laufen? Ja, ich hab ne gute Nachricht! Äh, der eine weiße Punkt wird größer! Ende der drei weißen Punkte! Ja? Ja! Das heißt, wir sind bald da! Ja! Aber deswegen, weil ich... Ich bin so sozial und warte mal! Ja, das bringt nichts! Kann ich einsteigen! Warte mal, warte mal! Ist das ne Pistole? Ja! Die geht zum Top! Ich pisse auf die Gegner! Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein! Äh, ja! Ach so, darfst du... Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt! Ja! Tanzverbot ist am Start! Die Achterwanne geht so ab! Die Stänze mit der Gänse! Das ist ein guter crust! Ähm... Das ist... Oh, mein Gott! ARD Text im Auftrag von Funk